Hallo zusammen, schön, dass du da bist. So, heute sind wir auf dem Weg zum Hafen der Zweifach Ertrunkenen. Das Team ist das gleiche wie beim letzten Mal. Na komm, mach dir das mal. Ach ja, unsere Freunde. Ich hab wieder die Waffen getauscht mit Marcos. Hä? Ja. So. Nichts. Da ist unser Ziel. Welcher Lotus wächst hier? Schwarz Lotus, den haben wir noch nicht im Garten. Den muss ich natürlich mitnehmen. Können wir vielleicht auf dem Rückweg auch noch welchen? Da ist noch eine Pflanze. So. Dann, gehen wir mal rein. Die Insignien. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, ne? Mit diesem Glibberzeug. Meinte er jetzt das, wo ich eh schon gedrückt habe, oder? Nehme ich mal an. Ja, 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 ja. Hm. Ja. Oh, steh auf, lass mich da raus. Junge, Junge, die haben vielleicht einen Wurm. Nice. Ja, deine Steine kannst du behalten. Oh, den haben wir auch noch nicht. Eier nehmen wir auch mit. Gut, ich habe eh noch X-Bemalung drauf. Ne, 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 ne. Okay. Wechsel mal. Wow! Was hast du? Wilbur kann ich natürlich nicht liegen lassen, das ist klar. So. Eieieiei. Oh, zwei von denen. Was hast du dabei? Ne, auch wieder so ein Messer, so ein Schwert. Okay. War das eine gute Idee? Da geht nicht. Also, ich habe auf jeden Fall einen Atemtrank dabei. Okay. 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 Ich nehme mal... Das? Gut. Das? Okay. Okay. Nur einmal kurz checken. Kannst du nochmal raus, bitte? Ach, jetzt habe ich zweimal den Atemtrank genommen. Na gut. Das war blöd von mir. Okay. Okay. So, auf jeden Fall sehr cool gemacht, meine Leute kommen nach. Er hat mich da irgendwie rausgeschubst. So gesehen war das sogar nett. Oh-oh. Oh. Hast du hier immer das Gift versprüht gerade? Ja, ne? Wow. Okay. Platsch, 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 platsch. Eigentlich, ne. Muss nicht sein. Wieso habe ich das Gefühl, ich muss hier wieder tauchen? Die Frage für mich ist gerade, ob wir kämpfen müssen. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich... Ich gehe mal gucken. Schichert. Okay. 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 Ah, es sind alle da, gut. Warte mal, ich muss was essen. Oh, äh. Sind wir hier schon? Wir gehen da mal gucken. Oh, ist das schön gemacht. Cool, ne? Ich renne hier mal durch. Wenn das ein Fehler war, dann sehen wir es gleich. Ja. Was machst du denn hier? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Echt jetzt? So, wo wird hier noch gekämpft? Da hinten Okay So Gott, da sitzt auch noch einer Da steht unser Boss Und Und Wo ist der Schalter? Oder müssen wir seitlich rumgehen? Das kann natürlich sein Oder zumindest, um das freizuschalten Ja, ja Ja, 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 hier Sonst irgendwas hier? Äh Bist du tot? Ja 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 Noch ein Ach man Ja 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 Nein, jetzt haben wir es, glaube ich. Was hast du? Das möchte ich gerne, danke. Ist jetzt offen, hoffentlich. Da steht, okay, die beiden haben wir schnell erledigt. Oh oh. 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 Oh nein! Wenn du denkst, ja passt schon. Super. 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 Es ist offen. Okay. Ah, es ist alles offen. Das ist gut. Ja komm, nach oben schnell. So. Wo ging es weiter? Hier? Ne, sieht nicht so aus. Ich glaube hier. Haben wir die ignoriert? Ja klar, die habe ich ja vorher ignoriert. Ne? So. Wenn da noch einer sitzt, dann sind wir sicher hier lang gegangen. Gib mir die Eier. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Hier durch. Ach, geh. Bleib bei deiner Eierpflege, würde ich vorschlagen. So. Ja gut, der hat wieder volle Ausdauer. Ausdauer. Wo bin ich? Nein, 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 nein. Mist. Oh. 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 Oh, oh. Oh-oh. Oh, oh-oh. Oh, oh. Er hat mich grad schon wieder erwischt, ne? Oh oh! Weg, 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 weg! Kommt mal ein bisschen hier in die Mitte! Geht nicht. Achso, ne, die folgen mir ja nicht. Klar kann ich sie nicht rufen. Ich bin schon gespannt, wenn ich mir das im Video angucke. Oder da vorhin was passiert ist. Ihr habt das irgendwie nicht so schnell überrissen. Aber der muss natürlich auch nicht oft zuhauen. Was kriege ich von dir? Knochenfleisch, Haut, Dämonenblut. Ja. Interessiert uns alles nicht. Ja, da ruht Valera. Ist so hell hier drin, so ungewöhnlich. So. Geschichte. Ach so? Ach so, wie schon, wenn du so, bist du so, bist du hier drin, bist du? Oder bist du hier drin? Für dich, dass du hier drin hast, ist das ganze Nacht. Die, die in die Hose vorbeig Landeschkampel ist. Die, die Peutlichen Hund und ich bin ganz sicher, bin ich, glücklich. Die, die und nicht. Okay. Was habe ich da eben eingesammelt? Keine Ahnung. Eier nehmen wir auch mit. Ja. Dann, was haben wir hier? Bemalung. Ja, eigentlich brauchen wir das nicht, aber... Ja, was soll's. Öl nehmen wir natürlich mit. Ich nehme mir mal ein bisschen was ab. So. So habe ich schon wieder Zwirn eingesammelt. Okay, da. Ertrunkenen Gewölberüstung. Und Waffen. Und das war's mit der... Mit dem Hafen der zweifach Ertrunkenen. Wobei, was jetzt bei den Bewohnern anders war? Keine Ahnung. Aber hübsch gemacht, auf jeden Fall. Ah ja, die wollte ich mitnehmen. Schwarzer Lotus hier. Das ist natürlich wichtig, ne? So. Ist das auch Schwarzer Lotus? Ah ne, das war Fügus. Na gut. Wir rennen mal kurz hier raus. Ach, ich hab jetzt keine Lust mehr auf euch. Hm. Was ist denn da noch ein Krokodil-Boss? Echt jetzt? Habt ihr noch Lust auf den Krokodil-Boss? Was denn? Wo kommst du denn her? Du bist uns gefolgt, oder? Dieser Blick so. Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee von mir war. Ah, da konnte ich jetzt gerade nicht widerstehen. Oh. Ja, der hat ordentlich Punkte. Ich mal was. Ich mal was. Wie so ein absterbender Motor vom Auto. Ja, jetzt haben wir endlich mal wieder einen Schlüssel. Schön. Okay. Ah, ja. Weiß nicht, hat der hier irgendwo eine Kiste? Ich glaube nicht, ne? Wir werden den Schlüssel im nächsten Gewölbe auf jeden Fall gut unterbringen können, denke ich. Nein. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Eiszeit. Gut. Tschu.